Ah, oh, im Schnee eine Spur. Von wem kann sie sein? Wohin führt sie nur? Hm. Ein Schwanz guckt aus dem Holzstoß heraus. Ist das wohl der Schwanz von der bösen Maus? Das Tier kommt hervor. Hm. Ah. Kleine Augen nur und kein einziges Bater rund um den Mund. Du bist nicht die Maus. Ich nicht, mein Schätzchen. Doch die Maus sitzt am See. Und isst Griffeloplätzchen. Das sind die Höhlen tief unten im Meer. Hier schwimmen Fische hin und her. Mit leuchtenden Streifen, so bunt und schön, noch nie hat die Schnecke sowas gesehen. Aber die Haie in den Korallen haben ihr weniger gut gefallen. Oh nein! Ach, Haie. Ha, 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 Ha. 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 Ha, 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 Ha. Oh, 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 oh. Ein Kaninchen hoppelte den Weg entlang und blieb stehen, als es einen Schatten sah. Es war der Schatten von Räuber Ratte, der vom Fels herabbrüllte. Halt, wer da? Kein Gejammer und her mit Kuchen. Kuchen? Nein. Oh, ja. Her mit Süßkram und Gebäck. Wiedersehen. Ich bin nämlich Räuber Ratte. Räuber Ratte. Räuber Ratte. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020